Das ist auch interessanterweise wirklich einer unserer ersten Packtische, die wir gekauft haben. Hallo und herzlich willkommen bei Logistik und Technik. Heute wollen wir uns mit dem Thema Packtische befassen. Es gibt ja verschiedene Hersteller von Packtischen, von günstig bis teuer. Und in den letzten vier Jahren, da haben wir extrem viel ausprobiert. Das ist auch interessanterweise wirklich einer unserer ersten Packtische, die wir gekauft haben. Das ist ein absolutes Einsteigermodell. Ist quasi auch von den Herstellern, die eben auch die günstigen, ganz normalen Regale herstellen. Die Dinger sind soweit okay. Also gerade wenn man sagt, man startet frisch mit seinem Unternehmen, dann kann ich diese Dinger hier absolut empfehlen. Vor allem auch, wenn man leichte Pakete hat, dann kann man eben damit ganz gut arbeiten. Aber man höre. Und auch hier, man kann das ganze Ding natürlich hin und her wackeln lassen. Es ist halt natürlich nicht ganz so stabil. Aber die Dinge halten auf jeden Fall ein paar Jahre. Wer natürlich dann sagt, naja, ich habe mehrere Mitarbeiter, ich habe vielleicht schwere Pakete und ich will es richtig groß und richtig geil aufziehen, gibt es dann eben auch andere Regale. Das sieht man jetzt hier kurz in dem Video. Das ist dann quasi auch ein ähnliches Modell wie das hier. Allerdings hat man eben den Vorteil, dass man da eben Rollen für Packpapier und so weiter reinpacken kann. Dann gibt es oben eben auch mit Beleuchtung. Auch das, es ist okay. Es ist nicht ganz so hochwertig, sage ich mal, wie man es sich vorstellen könnte. Aber es reicht auf jeden Fall auch für den Anfang oder ich sage mal für einen regelmäßigen Versender. Ich sage mal mit so 100 Paketen am Tag ist es ganz in Ordnung. Was wir allerdings jetzt gemerkt haben und was wir quasi jetzt gemacht haben, sind, wir haben uns Packtische aus Palettenregalen gebaut. Das sieht man jetzt in dem Video. Und hier ist der große Vorteil. Die Palettenregale, die kann ich von der Höhe her selber bestimmen. Also ich kann dir selber einstellen, auf welche Höhe möchte ich das Palettenregal haben. Dadurch habe ich den Vorteil, dass ich für die unterschiedlichen Größen an Leuten mein Regal perfekt anpassen kann. Ich kann oben eine richtig gute Spanplatte draufpacken und dadurch kriege ich auch ein stabiles Regal. Und ich hätte auch die Möglichkeit, wie wir es eben auch jetzt hier bei uns gemacht haben, unten nochmal vielleicht ein Boot mit reinzubauen. Oder oben jetzt auch bei uns eine Stange hinzumachen, um dann eben auch Packtband dort montieren zu können. Und das ist unsere persönliche Top-Empfehlung. Die Palettenregale, klar, die kosten natürlich ein bisschen mehr Geld als so ein Regal hier. Aber wenn man eben überlegt, dass man das sehr flexibel auf- und abbauen kann und dass man das quasi auch eben erweitern kann, kann ich wirklich nur empfehlen, so ein Palettenregal zu verwenden. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen zum Thema Packtische. Das nächste Mal werden wir wieder geile interessante Themen haben, wie beispielsweise, kann ich mein Lager mit einem LTE-Router anbinden und reicht dort die Bandbreite. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.